In China wird sehr viel Grün-Tee getrunken. Und die, die viel Grün-Tee trinken, haben nachgewiesenermaßen auch weniger Krebs. Aber wenn sie mehr als zehn Tassen am Tag trinken müssen, und viele Leute wollen gar nicht so viel trinken, und es gibt keine Garantie, dass es tatsächlich funktioniert. Aber mit den medizinischen Konzentraten kann man die Summe von acht bis zehn Tassen zu sich nehmen. Und es ist stark. 80 bis 100, Entschuldigung, 80 bis 100 Tassen. Also wenn wir von Grün-Tee reden, dann meinen wir nicht nur Grün-Tee trinken. Trinkt es bitte, aber wenn ihr Krebs habt, dann nehmt die Medizin. Es führt dazu, dass die Krebszellen absterben und recycelt werden. Und sie werden nicht erneuert. Es gibt hundert verschiedene Dinge, die dazu führen, dass Krebszellen wachsen. Das Insulin zum Beispiel. Und eine ganze Reihe anderer. Es kann sein, dass ihr gehört habt, dass es der Leber schadet. Das stimmt nicht. Das ist in Tierversuchen mit Mäusen so. Ihr müsst keine Sorgen euch machen. Aber es setzt der Leber zu. Die Nieren filtern das Blut. Und dieser Prozess verlangsamt sich, wenn wir älter werden. Aber wenn man viel Grün-Tee trinkt, geht es schneller. Aber glücklicherweise kann man das sehr gut reparieren. Man muss Vitamin E nehmen. Vom Gamma-Typ. Nicht der Alpha-Typ, der in den Gesundheitsläden verkauft wird. Also es ist eine Kombination von Vitamin E. Und 10% muss in dieser Form sein, mit dem Gamma-Tocopherol, damit es wirken kann. Es kostet nur ganz wenig, ist eine ganz kleine Tablette. Jemand, der große Dosen an Grün-Tee nimmt, muss auch Vitamin E nehmen. Und dann kann ich versprechen, dass es keine Schäden gibt.